Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 1982 Box von Materia und Casper. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 1982 von Materia und Casper, das Ganze am 31. August 2018 erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann das Ganze im Detail ansehen. So, wir haben hier eine recht große, aber dafür eher flach gehaltene Box, so eine klassische Vinylbox. Hier oben lesen wir 1982, das ist ja das Geburtsjahr der beiden Interpreten. Darunter lesen wir dann Materia und Casper und dann haben wir hier so zwei Baby, zwei Säuglingshände, die hier noch mit diesen Armreifen von der Geburtsstation sind. Und zwar haben wir links einmal beschriftet, das dürfte dann wohl die Hand von Casper darstellen. Hier lesen wir dann Griffey Benjamin, 25. September 1982. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier den Martin und der ist geboren am 4. Dezember 1982. Sehr interessantes Cover, also von der Gestaltung her sehr kreativ, finde ich echt gelungen. Das Ganze dann in so einem schwarz-grün bzw. schwarz-türkis gehalten, rundum. Auf der linken Seite haben wir noch die Credits und einen Barcode. Auf der Rückseite der Box haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier zehn Tracks an der Zahl. Und wir haben hier zwei Features. Und zwar einmal Cat oder Cat Frankie und einmal Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese beiden Features bis jetzt noch nicht gehört. Und dementsprechend, sorry, falls ich die falsch ausgesprochen habe. Gut, wir schauen mal hinein. Der Boxdeckel ist nicht aufklappbar, sondern abnehmbar. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Kappe, das Album an sich im DigiPack. Dann haben wir hier mit dabei ein Poster und das Album in Vinylform. Von innen die Box, auch auf der Unterseite, blank weiß. Machen wir den Deckel mal wieder drauf. So, Box zur Seite. Und nachdem hier diese Kappe noch in Folie ist, werden wir das Ganze hier mal öffnen. Öffnen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also auch hier wieder diese beiden Säuglingshände zur Faust geballt. 1982 Materia und Casper lesen wir hier. Auf der Seite lesen wir hier ebenfalls 1982 Materia und Casper, auch wenn sie jetzt gerade hier im Hintergrund fokussiert. So, aber jetzt, so sieht das aus, in Türkis und Weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist nochmals angeführt. Inklusive der beiden Herren. Casper hier auf der Motorhaube eines Monster Trucks sitzend und Materia davorstehend. Credits und Barcode. Das Ganze kommt wie gesagt in einem Digi-Pack. Geht dann hier auf. Können wir auch dann eventuell hier diesen Monster Truck vorne mit rein machen. Ich werde es natürlich bei diesem Cover hier belassen. Auf der linken Seite nochmals die beiden mit Monster Truck. Dann hier der Monster Truck an sich. Ohne die beiden. Dann haben wir hier rechts Champion Sound 1982 Materia und Casper. Die CD ist in schwarz und weiß gehalten. Sieht so aus. Schlicht gehalten. Rückseite hier mit diesem schwarz-Türkis. Und hier verbirgt sich dann das Booklet. So sieht das aus. Das gefällt mir gut. Wir haben hier die gesamte Tracklist auch nochmals Wort für Wort hier abgedruckt. Bedeutet hier, jeder Text hat eine eigene Seite. Und wir können hier Wort für Wort mitlesen oder mitrappen. Und das Ganze ist dann noch hier verfeinert mit diversen Fotos der beiden Interpreten. Schön gemacht. Und wie ihr sehen könnt, obwohl das nur 10 Tracks sind, gibt es hier jede Menge Text. Zum Abschluss dann noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Wer war daran beteiligt, wer das Ganze produziert, wer wurde gefeatured, etc. Und dann hier die Rückseite. Gut. Dann haben wir mit dabei eine Kappe. Und zwar sieht die so aus. In weiß und türkis gehalten. Passend zum Album Artwork. Und zwar sehen wir hier die Gesamtauflage der Box. Die war bei 10.000 Stück. Und meine Kappe ist in dem Fall die Nummer 3518. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Das hat nochmal so etwas ganz Persönliches, wenn das Ganze hier durchnummeriert ist und wirklich jede Kappe hier einzeln bestickt worden ist. Und was auch schon von Anfang an von den beiden angekündigt wurde, als die Kappe für die Box angekündigt wurde, war, dass es anhand dieser Seriennummern dann auch irgendwelche Gewinnspiele, Meet & Greet, etc. geben wird. Also diese Nummern werden dann noch in Zukunft eventuell irgendwie ausgelost und ein bisschen relevanter. Hier hinten haben wir dann auch eine 82. Diese ist auch hier auf dieser Silberschnalle mit drauf. Sehr schön. Auf der rechten Seite lesen wir dann nochmals in türkis Materia und Casper 1982. So. Von ihnen lesen wir auch nochmals überall die beiden Interpreten. Hier auch nochmals eingenäht und dann haben wir hier die Info 100% Polyester und das Ganze ist, hier lesen wir es, Kredibel Crew GmbH in Neukirchen. Okay. Sieht gut aus. Kann man auf jeden Fall tragen und mit diesen hier hinten natürlich auch größenverstellbar. Gut. Dann schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben hier ein Poster mit dabei. Und zwar ist dieses auf der einen Seite bedruckt mit dieser Abbildung, mit diesem Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen. Und zwar haben wir hier Materia und Casper an eine Wand gelehnt vor jede Menge National-Flaggen. Schön. Das Ganze im Querformat. Und auf der Rückseite, ebenfalls im Querformat, dann hier die beiden vor einer türkisen 1982-Wand. Also das Poster beidseitig bedruckt, beidseitig im Querformat. Hat auch eine schöne Größe von diesen, von den Knicken her, also nachdem das Ganze hier in so eine Riesenbox gekommen ist, ist das Poster hier quadratisch geknickt worden und auch entsprechend wenig Faltlinien, wenig Knicklinien drinnen, da so ein Element, so ein Quadratelement hier relativ groß ist. Das heißt, die Optik dadurch nicht wirklich beeinträchtigt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch die Vinyl zum Album 1982. Cover-Ident, wie auch schon Box und CD-Cover. Auf der Seite lesen wir hier natürlich auch wieder 1982 Materia und Casper. Auf der Rückseite wieder die beiden inklusive Monster Truck plus Tracklist. Und wenn wir hineinschauen, haben wir dann hier wieder dieses Goldstück von Champion Sound, das wir auch schon im Booklet und im Digi-Pack gesehen haben. Und dann haben wir eine Doppel-Vinyl. Also in beiden Taschen jeweils eine Vinyl enthalten. Und diese Vinyls kommen in einer schwarzen Hülle, relativ dick, nicht so das klassische Papier, was man kennt von diesen Hüllen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier passend zum Album türkise Vinyls. Gefällt mir richtig gut, dass sie so bunt eingefärbt sind. Wir haben hier die A-Seite mit drei Tracks. Dann haben wir die B-Seite mit zwei Tracks in dem Fall. Und auf der zweiten Vinyl haben wir da natürlich die restlichen fünf Tracks. Und zwar haben wir auch hier wieder drei Tracks auf der C-Seite und dann die letzten beiden Tracks, nämlich neun und zehn, auf der D-Seite. Also zehn Tracks hier auf zwei Vinyls verteilt. Dann machen wir die beiden wieder rein. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Doppel-Vinyl inklusive zehn Tracks. Diese Kappe in weiß und türkis mit der Seriennummerierung. Das Poster beidseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich das Album an sich im Digi-Pack inklusive zehn Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box 1982 von Materia und Casper. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Materia und Casper unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.